Das Wichtigste zuerst. Auf Miamis Ocean Drive ereignete sich heute etwas, das manche als Erregung öffentlichen Ärgernisses bezeichnen würden. Bist du bereit? Du machst Witze, was. Die Frage, die nun jeden beschäftigt ist, wer steckt hinter The Mob? Du tanzt? Die Sache ist ganz einfach. Ich hab'n Drink in der Hand, du tanzt um mich rum und lässt mich gut aussehen. Was machst du denn morgen Abend? Wolltest du nie Teil von was sein? Was Besonderem? Durch The Mob bekommen wir Aufmerksamkeit. Als ob wir sagen, seht her, hier sind wir. Ich bin dabei. Sie ist Liedtänzerin. Sie ist als deine Chance. Erneut faszinierte die mysteriöse Gruppe Fans und Kritiker. Ich will nicht, dass du mit solchen Typen rumhängst. Ich wünschte, ich könnte einfach die Regeln brechen. Dann brich die Regeln. Die wollen noch mehr sehen. Es wird Zeit, dass wir es Ihnen zeigen. Wir können echt was verändern. Wir können auch die Regeln.